Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Richtig. So, der Alex ist heute wieder am Start mit Battlefield 1. Macht er ihn? Aber diesmal in einem anderen Modus. Ja, diesmal spielen wir nicht den Eroberungsmodus, sondern wir spielen mal... Ach du Arschloch Scharfschütze. Was? Was ist denn das für ein Modus? Nein, äh... Im Operationsmodus, ja. Dieser blöde Scharfschütze. Der schießt immer noch. Irgendwas schießt er. Granate! In dem Popo. Da fliegen die Granaten. Da rennt doch einer. Naja, warte, ich muss erstmal hinfahren. Ja, oder auch nicht. Ja, das hat sie schon erlebt. Ja, im Graben steht er. Ach so. Die haben halt Graben, äh, Graben, Gräben zur Verteidigung. Ja. Und, äh, ja, unser Ziel ist es halt jetzt, diesen Punkt A zu erobern, um sie zurückzudrängen. Ach so. Dann gehe ich jetzt auch mal in den Graben. Der war schon tot. Ups. Pix. Aha. So, den Punkt haben wir. Auf wen schießt der? Irgendwo ist ein Gegner. Ach, schade. Sie haben uns gekontert und haben jetzt B gesnackt. Jetzt müssen wir uns B schnell zurückholen, beziehungsweise erstmal gucken, dass wir A frei bekommen. Aha. Wie er da sich rumliegt und in den Leichen rumgeiert. Wie hart. Okay. Äh, meistens bin ich eigentlich immer auf der Verteidigerseite. Und jetzt? Und jetzt bin ich auf der Angreiferseite. Ah ja. Also ich bin meistens eigentlich immer, wenn ich Operationsmodus gespielt habe, bin ich eigentlich immer am Verteidigen gewesen. Das macht ja gut Sinn, dass er mich jetzt so weit nach hinten setzt. Ja. Ähm, ja. Jetzt probieren wir halt hier mal ein paar Eierköpfe wegzuklatschen. Aber bei Angriff macht ein Sunny dann Sinn? Ein Sunny macht immer Sinn. Versorg deine Wunden! Wollte grad sagen. Ich hab's gewusst, dass du auf den nächsten schießt. Ist mir egal. Ich schieß lieber einmal zu viel wie zu wenig, weißt? Ja, ja, schon klar. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Für dich. So, A ist gecleared. A gehört jetzt hundertprozentig uns. Jetzt müssen wir nur noch B jetzt snacken. Also die Zahl bei euch 200 heißt, ihr habt 200 Soldaten. Genau, wir haben 200 Tickets noch. Ja, ja. Respawn-Tickets. Okay, dann macht das ja auch Sinn, wenn du heilst. Weil dann brauchst du ja keine Tickets, ne? Sehe ich das richtig? Ja, wenn ich sie reanimiere, ja. Ja, ja. Ja, ja. Gasgranaten sind halt eklig, ne? Ja, ein bisschen. Hast du jetzt jemanden gekillt oder nicht? Äh, einer brennt, glaub ich grad. Aber wir holen uns B. Der stirbt da um. Präanimiert. So, jetzt müssen wir die noch, äh, zurückdrücken. Ja. Also, äh, damit ich es nicht schaffen, einen Rückzug zu machen, dann gibt's, glaub ich, auch noch mal irgendwie extra Punkte oder so. Kann man den wiederbeleben, wenn er brennt? Ja, kann man. Aha. Hört auch gleich auf zu brennen. Ah, da rennt er. Ah, ich hab noch meine Gasmaske auf. Ist egal. Ja, dann kann ich nicht zielen, weißt. Ach so. Das ist dann nicht so egal. Jetzt können wir zu A und zu B. Was ja euer. Schön weggeschossen. Oh. Granate. Nachland, komm, jetzt lacht mal nach. Wir hätten auch den geschossen. Aber, mir auch gerade. Ich versag deine Wunden. Leck deine Wunden ab. Leck dich. Hoppala. Ja, hier ist auch... Kann man sich gut, äh, verschanzen, wenn du halt ausgeräuchert wirst und mit Granaten. Dann, äh... Ja, dann halt nicht mehr, ne? Ja, normal. Dann bist du hier so schnell tot. Aber wen schießt denn? Ja, der ist so. Weg dahint, ganz dahinten war ein Gegner. Oh, da ist einer runtergehöhnt. Sag keine Wunden. Da war da einer, oder? Ja, da ist er. Da rechts ist aber immer noch einer. Hier, erst der Hilfe. Ah, fuck, da gibt's mir gerade einer, richtig. Ja. Der schmeißt dir da gleich eine Granate rein. Mhm. Das wird höchstwahrscheinlich gleich passieren. Was ist meine Granate jetzt hin? Das weiß ich nicht, ich hab schon... Ah ja, also ich, ich treff da gerade wirklich einen. Ah ja. Also du benutzt ja, da. Ah ne. Ah doch. Doch, da, da stand einer. Fuck. Ja, ich wollte gerade sagen, da hat doch bestimmt einer dich von hinten verknusen. Ja, von hinten. Ich dachte, da wäre noch ein Scharfschütze gewesen. Und der hätte es mir gegeben. Äh, A. Also das habe ich jetzt, äh, was ist denn, wenn ihr jetzt keine 200, wenn eure 200 Tickets aufgebraucht sind? Äh, dann ist unser Bataillon am Arsch und dann haben wir aber nochmal eins. Aha. Also nochmal eine zweite Welle, mit der wir angreifen können. Und bekommen dann auch noch Unterstützung durch den Behemoth. Ja, und wie gewinnt ihr? Äh, indem wir alle Einsatzziele zerstören. Oder erobern. Ja, ihr habt doch jetzt aber zwei, oder? Ja, das sind ja mehrere Wellen, weißt? Ach so. Boah, diese Mörser. Ich hasse Mörser. Ja, scheiße. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, weil du halt voll auf offenem Gelände immer rumrennen, am Rumbrennen bist, weißt? Wenn du aber nochmal weiterkommst, ähm, dann hast du auch mehr Positionen, die du einnehmen musst. Ach, jetzt schnall ich das, äh, die, die Bereiche, die haben jeweils zwei Punkte. Genau, jeweils zwei und es gibt auch Bereiche, die haben drei Punkte, die man einnehmen muss. Oh, ja, alles klar. Oh, 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 wie die fliegen können. Ich glaub, das war, glaub ich, grad ein Flugzeug. Da. Ja, mach ihn. Du bist verletzt, ich zieh mir das an. Ja. Mit einer Handkralate, scheiße. Fuck. Nur, weil ich den reanimieren wollte. Das hat mir nichts gebracht. Nicht. Und wie viele Punkte sind das jetzt? Sechs dann, oder? Also, zwei haben wir jetzt einen genommen. Zwei kommen jetzt nochmal, dann kommen, glaub ich, nochmal zwei und dann kommen drei und dann nochmal zwei. Also, sind schon einige noch. Ach so. Das sind einige. Äh, ja, falsch richtig. Also, am besten versteckt oder getarnt bist du erstmal hier in den Gräben. Naja, die machen ja auch Sinn. Oh, fuck, der hat eine Schrotflinte. Echt? Das sieht aber nicht so aus. Schrotflinte mit Bajonettlauf. Gut, macht ja auch Sinn, bei so einem, bei einer Schrotflinte im Bajonett noch aufzuflanschen. Ja. Die werden jetzt halt D, äh, B übelst deffen wahrscheinlich einfach. Na, das hat ja funktioniert. Ja, das war aber auch knapp. Ja. Erst der Elfe. Da hätten wir. Ein Silberstar. Service da, ja. Ja, ja. Für die... Zu spät. Ja. Der ist schon vorher gestimmt, da ist noch einer. Hol' ich mir jetzt. Wahrscheinlich ist der schon wieder weg. Aber es läuft ja gar nicht so schlecht. Komm in das Kampfgebiet zurück. Oh, scheiße. Da warst du jetzt, äh, zu weit bei denen, oder was? Ja, ja, ich war zu weit in ihrem Gebiet und dann, äh, heißt es immer, dass, ähm, geh zurück in dein Kampfgebiet und dann stirbst du halt innerhalb von 10 Sekunden instant. Oder du wirst halt einfach erschossen. Oder du wirst halt erschossen, so wie ich grad eben. Los, wir müssen uns schnell A holen. Doppelt hält besser. Schießt doch einer. Leutnant, ich bin Stufe 50. Ja, wir haben sie zurückgedrängt. Na dann. Was bist du, Leutnant? Läuft mal richtig. Los, wir müssen die noch weiter zurückdrängen. Da hinten rennen doch irgendwelche Arschliche rum. Du hast vorheimlich geübt. Ja, ich hab ein bisschen hart gespielt in letzter Zeit. Da rennen sie bitte. Ja, ich wollte ihn safe machen. Ja, ja. Hat er? Hat er. Ja, aber da waren noch drei Stück, oder? Ja, die sind wahrscheinlich jetzt alle, haben sich zurückgezogen zu ihren, ähm, Punkten, oder? Ja. Granate? Gasgranate. Erstmal hier in Sicherheit bringen, Gasgranate ausziehen, nicht vergessen. Sonst wundere ich mich, warum ich wieder nicht zoomen kann. Ja. Ich glaube, A ist hier auch, ähm, sehr schwer einzunehmen, weil, äh, weil A ist ziemlich offen, glaube ich. Ah, okay. Der Punkt A. Oder er war damals, wo es letztes Mal gesehen hat, da wollte ich plattgemacht hat, da verschanzt es sich jetzt. Da liegt da rum. Da kämpft er jetzt. Na, das, das werden wir ihm austreiben. Ja, nee, ich meinte, weil ich, insgesamt sind es ja sechs, sechs Sektoren. Sechs Sektoren, ja. Ja, jeweils mit zwei Punkten, na, äh, außer ab und zu, da gibt es halt auch nochmal drei, also ein Sektor, drei Punkte. Aber es gibt nur insgesamt sechs Sektoren. Wobei der letzte, weiß ich jetzt gerade gar nicht, äh, ob der nicht einfach nur schon die letzte Basis von dem ist. Ach, ja, genau. Das ist das einzig Blöde, dass der nur so wenig Schuss hat. Und dann braucht er immer lange zum Nachladen. Aber mit der Schrotflinte macht es hier noch keinen Sinn rumzurennen. Nee. Viel zu offen. Außer, ich würde Richtung B kommen und könnte sie dann dort. Alter, wir werden gerade hier auf einer Stelle gehalten. Alter. Du hast ja voll weggesturmen. Ja, aber echt, der hat den übelsten Renner gegeben. Genau, schön die anderen heilen, damit du draufgehen kannst. Aber hier wurden wir noch nie, glaube ich, zugehalten. Brandnade. Ey, das ist jetzt halt scheiße, wenn wir nicht zu, zu dem Punkt kommen, ne? Oh, da ist schon wieder ein Mörser. Ja, ich wollte gerade sagen, das einzige Problem, was wir noch haben könnten, wäre... Echt jetzt? Äh, wer, wenn, ähm... Wenn jetzt hier noch halt Scharfschützen rummeiern. Aber da hinten, der müsste, glaube ich, jetzt tot sein. Er hatte ja eh nicht mehr viel gehabt. Naja, genau, da liegt der ja. Boah, alter, dieser scheiß Mörser. War das jetzt euer eigener oder der... Oh! Ja, Scharfschützen. Da ist schon der erste. Wir haben noch 50 Soldaten. 50 ist aber nicht viel. Ja, das ist dann, wenn wir unser erstes Bataillon im Arsch... Ja, das ist mal an dem Scharfschützen vorbeischleichen. Da ist wieder Giftgas. Ja, ich wusste es, dass er im Eck wieder rumhockt. Und da hockt auch noch einer entdeckt. Äh, alter. Die kleinen Pisa. Naja, wenigstens sind... Ah, ja, okay. Was? Und jetzt haben die noch ein Panzerfahrzeug. Das ist scheiße. Oh, jetzt dachte ich, ich könnte bei Baseborn... Jetzt hat es aber den Homeboy zerrissen. Oh, Lappen! Aber ich könnte jetzt den Panzerfahrzeug-Ding da kaputt machen. Wenn mir den einer taggt, dann haue ich den voll um. Boxsch ihn, oder was? Scheiße. Jetzt fährt er, als er seine Kreise raus. Ja. Und jetzt habe ich die Schrotflinte. Das heißt, du musst näher ran. Wahrscheinlich stehen sie gleich hier wieder rechts und links im Haus. Ne. Ich dachte gerade... Ja, ja. Knall die Sau weg! Tobeinstieg bei mir. Nicht schlecht. Na dann. Ich habe da einen gesehen. Mhm. Headshot! Voll ins Knie! Der rennt da durch wie so ein... ...ein Prenz. Kann ich mal einer löschen? Ich wusste, hier ist irgendwo ein Scharfschützer. Wegen der blöden Flair-Fackel. Jetzt liegt er da oben rum, weißt? Krault sich schön die Eier und denkt sich so... Hehehehehehe. Den habe ich voll weg gemacht. Ja, egal. In dieser Welle nicht. Aber in der nächsten. Ach. Da steht es ja dann. Noch drei Bataillonen. Wo? Aber er stand gerade da. Von hinten, oder? Achso, Feuer, Feuer, Feuer. Panzer! Na dann. Nein! Shit! Ja, jetzt ist vorbei. Ich glaube, ich war der Letzte. Fuck. Schon. War schon nicht so cool. Lief nicht so optimal. Ja, und jetzt? Ähm. Ja. Da sieht man jetzt die ganzen Dinger, die man einnehmen muss. Aber für das erste Bataillon war es gar nicht so schlecht. Wir sind bis zur Hälfte vorgedrungen. Das Ding ist jetzt, dass wir ja jetzt einen Behemoth bekommen. Okay. Das heißt, da kannst du dich reinsetzen. Hoffentlich, ja. Und weil hier alles so offen ist, kannst du dir halt gut wegknallen. Aber das Problem ist, die haben auch ein paar Flaggeschütze, die noch da sind. Ja. Dann musst du halt gucken, dass du direkt Platz findest. Ja. Da hinten. Super. Na ganz. Da hast du wohl den beschissensten Platz, den es überhaupt gibt. Ja. Scheiße. Ja gut, wenn er sich so drehen würde, dann würde ich vielleicht auch noch was wegmachen können. Na ja, mal gucken. Wenn er denn sich dreht. Wenn er sich nicht dreht, dann schießt doch einer. Muss halt dich nur noch zu tun. Ja, wieso schießt ihr auch euers? Bekloppt. Ja, wahrscheinlich da hinten. Und da ist ein feindliches Flugzeug. Feindliches Flugzeug ist da. Wenn der... Der soll mal ein bisschen näher rankommen, dann haue ich ihn so weg. Na, komm. Ne, der bettelt sich gerade mit dem Mann. Ne, mal noch irgendein Flugzeug. Ich habe da irgendwas gesehen. Flugzeug, seht ihr das? Ja, holen wir uns jetzt erstmal. Ja, fangt der jetzt wieder von ganz vorne an. Komm, her, her. Das ist halt blöd, weil es ist, dass du halt hier keine freie Sicht hast. Egal, man sollte null. A, haben wir gesnackt. Hier eure Flugzeug. Und die haben gerade unseren Bären gut schaden. Zwei, äh, zwei Geschütze sind schon deaktiviert worden. Sehen. Aber du kommst halt auch überhaupt nicht dran, weil ich... Von wo die schießen. Das einzigste, was ich halt machen könnte, wäre hinten... Dings zu verteidigen. Weil ich glaube, gegen Infanteristen ist die Waffe nicht so mega geil. Nee, nee, bringt nichts. Aber wenn du halt überhaupt ein Ziel hättest, aber hast du ja nicht. Wer hat auf uns geschossen? So. Da? Ne. Da ist auch noch eins und zwei. Na, komm zu Papa. Äh, schießt er gerade auf uns? Naja, aber hast du gesehen, Sektor erobert. Ja. Jetzt schon. Naja, gut, aber du hast nicht mehr so viel Hockschuels drin, oder was? Ja, einfach draufrotze, wird schon irgendjemanden treffen. Und was machst du jetzt? Nur das Ding steuern. Ja, also. Und du weißt, wo du hinfliegen musst? Ja. Und zwar dahin. Na, in den Tod. Nee, ich wollte zu Punkt C. Ah, okay. Und, ähm... Gibt's da nochmal... Nee, was ist denn das da? Achso, nee, der... Aha. Wo schreck, wo schreck, jetzt kommt ein Panzer. Ja, aber die sind gar nicht so OP. Besser wie zu Fuß. Gegner? Da ist noch einer, eigentlich. Fuck. Ja, das ist unserer. Da hinten ist noch ein Panzer. Oh, shit. Das ist ein halt... Das ist halt ein starker Panzer. Oh, Waffe deaktiviert? Ja. Dann kann er schon nicht schießen. Oder deine Waffe deaktiviert. Nee, nee, seine Waffe ist deaktiviert. Wir haben Einsatzziel, Werter. Defekt. Ich hänge am Baum fest und so wäre ich noch weitergefahren. Ich muss mich erst mal rappen. Ach, der hat noch gelebt, oder war das schon wieder ein anderer? Hm. Wenn ich nicht am Baum hängen geblieben wäre, dann wäre das so schön gewesen. Dann hätte ich mich erst mal zurückgezogen, hätte mich repariert, wäre wiedergekommen, hätte sie platt gemacht und so weiter und so fort. Aber ich kann ihn mir als Assault, kann ich mir den auch einfach holen. Den scheiß Tank. Hm. Das war wohl nix. Mein Panzer da drüben. Was ist das für ein Panzer? Oh, echt jetzt? Kannst du mir nicht mal in Ruhe den Panzer kaputt machen lassen? Genau, richtig so. Geschieht ja recht, du Pissar. Aber der hat mich, glaube ich, auch gar nicht gesehen, der Kack durch. Nee. Aber der eine ist auf jeden Fall ausgestiegen, weil es gerundet wird. Sektor erobert. Na dann. Nein, ich wollte die Wechsel wechseln. Dann der letzte Sektor jetzt, ne? Mhm. Ah, ich wollte eigentlich jetzt ein Sunny sein. Ja. Ich habe es immer noch nicht geschafft, ein Flugzeug mit einer Panzerabwehrgranate zu zerstören. Oder mit der Pistole. Wir haben den Sektor-Gesicht. Kein Pferd. Was schießt denn da? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch auf dem Radar gerade irgendwas Rotes gesehen. Letzter Sektorus Maximus. Ja, da werden wir schon geschnacken. Da hat es dir das Flugzeug besorgt. Ich hasse die Flugzeuge. Ich habe früher gedacht, die gehen nur auf Mengen. Gruppenmengen. Aber es gibt Arschlöcher so wie denen, die fixieren sich einfach nur auf einen einzigen. Die haben sich alle nur auf dich fixiert. Die mobben mich alle. Das war wahrscheinlich so ein Fadenkurs über dem Kopf. Alter, ist der gepanzert oder was? Alter, hab ich mich verarschen. Ich boxe mich mit einem und da kommt dann wieder irgend so ein Arschloch und meint, der müsste ich einmischen. Ja. Kack, Sau. Ich mache euch alle noch. Aber ihr habt ja noch 217 Mann Tickets, wie auch immer. Jetzt kann ich da nicht mehr ein Flugzeug spawnen, weil... Wir haben angegriffen und so. Tja. Jetzt werde ich gleich wieder vom Flugzeug weggemacht. Ja. Und der Panzer oder sonst irgendwas. Da drüben ist der Töne Täter. Oh shit. Da ist aber noch einer. Wie die hier immer noch rumliegen. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Und ich, und ich. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Mein Kopfschuss. Ah, ein bisschen drückt. Was, wenn Bertha erobert? Da, 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 da. Oh, ich wollte gerade sagen. Wie von hinten schon wieder? Wie kommt denn der wieder hinter mich? Äh. Weiter spielen. Ich wollte nur meinen Score anschauen. Ich denke, ich will das Spiel beenden, weißt? Ja, das läuft gerade so gut. Ja, das läuft gerade so gut. Ich beende mal das Spiel. Ja. Ist man ja sonst nicht gewohnt. Ja, wobei, die letzten paar Male war es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die wollen uns B holen. Ja, freundlicher Sanitäter. Böser Sanit. Ich dachte eigentlich, dass es mir jetzt der Ding gibt. Nee, 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 nee. Gibt Gas. Oh, warum, warum reste ich überhaupt jemanden? Äh. Warum bin, mache ich nicht den Ego-Modus und lässt ihn einfach verrecken? Lässt ihn einfach verrecken und guckt, dass ich selber mal am Leben bleib. Oder wir machen es jetzt so, wie die... Wie? Wir gehen jetzt auch auf... Schnippern. Schnippern. Wahrscheinlich wirst du gleich wieder weggeschnippert. Aber die Stelle an sich selber war gar nicht so schlecht. Also, was Tarnung angeht. Da. Doch da rennt einer. Ja. 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 Wenn, äh, rechts war, glaube ich, einer im, im... Da, genau. Echt jetzt, aber jetzt tot. Oh, echt jetzt? Der ist runtergesprungen. Echt jetzt zu hoch. Da. Da ist ein Panzer gelobt. Scheiß auf dem Panzer. Also, wenn, dann kommen sie da aus der Tür raus. Ja, die haben sich grad B wieder gesnackt. Hit. Das Gute ist jetzt, dass halt auch die Leute bei mir einsteigen können. Ja, ja. Ja, genau. Oh, ich hab zum Schluss voll verzogen. Voll ins Knie. In den Hoden aus den Geschossen. Ja. Alter. Wie OP ist der denn jetzt eigentlich grad, bitte? Na ja. Hat dir eigentlich einer aufs Gebirge kackt? Oder was soll das für ein Tarnmuster der 3-Hof sein? Weiß ich nicht. Rost halt. Nein, das ist ein anderes Spiel. Ich hab so übelst den Sniper-Skill. Ja. Das, äh. Ja, das hat auch funktioniert. Ja, wow. Irgendwas gibt's mir grad wieder. Irgendwas hat auf dich geschossen. Mhm. Das ist bestimmt wieder irgendwo ein Artillerie-Fuzzi. Ja. Kann ich meinen Arsch drauf verwenden. Schießen hier. Und du siehst wieder nix. Da hinten muss einer gewesen sein. Ja, da war, glaub ich, einer. Da kommt der doch raus. Ja, sehr gut. Das Problem ist, ich sehe die anderen Scharfschützen nicht. Na ja. Geschafft. Hehehe. Na dann war ja einfach. Naja. Und ich hab halt einfach fast nichts gemacht. Und du hast aber schon ein paar Leute platt gemacht. Ja, zwei gesnaped. Wesley Snipes. Mhm. Nur nicht ganz so dunkel. Ja. Nee, das, also, Sniper ist immer noch nicht meine Klasse. Es funktioniert ab und zu mal, wenn ich so offscreen mal spiele, so für mich. Klappt's ab und zu mal, dann ab und zu nicht. Dann ab und zu mal wieder, dann ab und zu nicht. Naja, egal. Also wenn, dann würde ich nur den Sniper spielen. Ja, ich find Sniper ist halt ein bisschen langweilig so. Ab, 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 da kannst du schön, also wenn du eine gute Stelle hast, da kannst du richtig schön Schaden machen. Ja, das stimmt schon. Also wenn du eine gute Stelle hast und du nicht entdeckt wirst und du auch wirklich gut dich positionierst, dann kannst du sie voll wegklatschen. Jetzt werden wir mal auf dein Ranking gespannen. Ja, das müssen wir jetzt machen, weil das läuft gerade über die nächste Ding ab. Das ist jetzt schon eine andere Karte. Ach so. Weil wir die so schnell platt gemacht haben. Ja. Und jetzt ist das heiß? Ja, das heißt, wir machen hier einen Cut. Ah. Okay. Und den Rest seht ihr dann nächste Woche. Ja. Also gut, dann bis nächste Woche und tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.